Musik One Island 5 Streamers Kutcher Brookie Tunny Johnny Caruso Will Survive Buki Caruso Du bist ganz schöne Jahre gekommen, wa? Wie seh ich denn aus? Kamerate Ich bin tot Was? Wer war das? Kann Johnny sowas nicht machen? Also Ich hatte grad voll die epische Szene mit Calvin Leute, ihr könnt den Berg legit einfach hochlaufen Wollt ihr da jetzt echt hochrennen? Caruso ist schon am Gipfel oben Das ist doch die Zugspitze hier, oder nicht? Seh ich doch Ja Sieht einfach wirklich aus wie der größte Bergsteiger, Alter I love you Hat man hier ne gute Aussicht? Also ich würd tatsächlich da, wo wir herkommen sind, runtergehen Weil da ist Nö, das hat sich ja gelohnt Ja, da können wir auch mal testen, wie viel Falsche an uns gibt Ui Ui Ich bin tot Ja, ich helf dir hoch, ich bin der Experte daran Dankeschön Ui Gucken, wie wir hier runterkommen Und ich glaube, hier ist eine gute Stelle Bauernfeuer Können wir den bitte nicht röcke geben Doch, doch Der baut jetzt Feuer Nein Warum denn nicht? Lass doch mal den Typen in Ruhe Das wird was, ey Ich würd sagen, wir suchen jetzt hier im Wald ein schönes Fleckchen Am besten mit einem See oder so Ach so In dem Spiel interagieren Ich bin tot Danke Will ich irgendwann eine Auszeichnung für meiste Wiederumleben Hab ich aber nicht getroffen? Den müsst ihr einmal aufmachen Was war das? Was ist das? Die sind in den Bäumen irgendwo Klasse, weg hier Raus aus dem Wald, weg von den Bäumen Ist das los? Schwierig Oh, hier sieht es aber auch geil aus für ein Lager Oh, hier sind Leute und haben schon Lager Hä, welche Leute? Welche Leute? Die sehen irgendwie nicht so nett aus Die laufen auch auf vier Beinen Oh nein Also Tiere Ist halt deren Ding anscheinend Was ist das? Ich würd ehrlich gesagt jetzt zu dem See gehen Guck mal Johnny Hier ist das Lager von denen Wir können das natürlich auch einnehmen Warte mal, Karuso ist das schon drin? Hä? Na, ich nehm die alle auseinander Uh, der hat aber ne Waffe Gar nix Was? Junge Meine Stöcke Also Jump Attack sehr zu empfehlen The fuck is this? Hä? Ist das ein Affe? Kann ich mal wer töten? Ah, warum hat der mich gehauen? Warte ich komm Ich hab nur ein Holzding Ich hab ein Messer Ist das ein Monster? Was macht der? Bäh Äh, da kommen gerade 5 Leute auf die Beine Ja Leute lass einfach weg denn hier Dann ist die zu viel Schmerz Calvin zieht auch gerade durch Leute Ich hab die Schmerz gemacht Wir gehen zu dem See Nee, lass die killen Ich glaub die spawnen hier insane oft nach Achso, ja gut Hilfe Oh, das ist aber ein geiler See Wo wir hier das Lager aufbauen Oh, diese ganzen rissen Monstern Ja, ja Brügel Das waren wir auch grad Alter, das ist doch mal ein Lagerplatz hier oder nicht? Junge, das ist viel geiler als unser Lagerplatz Den find ich geil Also was ich euch aus dem ersten Playthrough mit Kutscher sagen kann, das baut euer eigenes Haus Ich mach... Warum? Ich bin Architekt Philly, Junge Ich hack hier meine Fläche frei, ich stell mir ein Haus hier hin Ja Caruso, du machst wieder so ein Cheat-Ding, ne? Ich baue mir ein Bauhaus Scheiß auf dich Kutscher Ja, dann baue ich mir mein Haus hier hin Das hab ich einmal mit dir mitgemacht Und ich sag dir... Das Haus war super Ja, wie oft sind denn die Bösen bei uns reinkommen, Philly? Welche Bösen? Das waren Nachbarn Weg von unserer Hütte, du Hurensohn Der bringt nicht so viel Du musst in deinem Inventar einmal gucken, ob du noch diesen Umschlag hast Ach, soll man den auspacken? Den soll man nur bei Notfällen auspacken Ja, wir sind gerade im Heli abgestürzt Also ich glaube, das ist die Definition eines Notfalls Ach, da ist eine Axt drin Null Hier ist ein... Wo war ein Monat? Achtung, Bröcki! Bröcki, renn! Bröcki! Oh, den sag ich einfach Der macht doch nix Komm her! Der hat mich angegriffen Ja, aber nur dich, weil du unbewaffnet bist Schwester Du fällst auch das erste Mal in deinem Leben in den Baum, oder? Sei ehrlich Ich? Warum denn? Ich bin tot Hey, warum? Wie in dem Baum? Oh mein Gott, wieso blutet denn Jeremy hier? Calvin, meinst du? Calvin Cool Ja Ich möchte auch ein Baumhaus haben Ich baue mir hier eine richtige Mansion Okay 12 seconds later Jetzt komme ich natürlich an den Punkt, wo ich merke, dass mein Haus vielleicht etwas klein ist für so einen großen Menschen wie mich Erstmal diese Scheiß-Geschrüpp hier wegmachen Fick dich Natur Ah, jetzt treff ich Fick dich Natur Ja Fick dich Wal Wir fliegen auch die ganze Zeit Vögel gegen euch? Nee Also tatsächlich nicht, ne? Nein, also eigentlich gar nicht, ne? Ach man, wieso kann der nicht mit Baumstämmen schwimmen? Was ist das für ein Loser? Ja, wiegt doch nicht so ein Baumstamm Ey, sag mal, hat hier irgendwer grad mein Haus auseinander genommen? Das kannst du auch mal loben Ey, ich fällt hier die ganze Zeit Bäume, aber ich habe das Gefühl, irgendwer holt sich die Stämme die ganze Zeit Ja Das ist das Ding, glaube ich, auch schon hier Ja, Toni, kommt doch auffällig schnell mit dem Haus voran Hä, was überhaupt nicht? Ich habe erst vier Baumstämme reingemacht und die habe mich alle selber gefällt Ist klar, Toni Ist das hier dein Haus, Bröcki? Was du hier hingefuckt hast? Ich habe noch gar kein Haus Ich fange jetzt dein Haus an Ja, okay, dann nehme ich den Balken, weil der hier rumliegt Aber Oh, hier sind noch zwei Baumstämme Aber kann man selber auch Bäume pflanzen? Ne, ne? Oh, nee, wir haben hier, glaube ich, mehr als genug Bäume Okay, als wenn ich mich so umgucke Wer hat denn jetzt mein ganzes Holz geklaut? Kutcher Du meinest, das ist nicht dein Haus Holst du Jeremy denn jetzt doch Holz? Leute, wir machen hier gerade fünf Häuser gleichzeitig Der arme Mann, wie soll der das schaffen? Wir sind gerade beide Ohren fällig geklappt Und die von Schnaven in den Häusern abzubauen Und weißt du jetzt nicht, wo das Problem ist, Kamuso? Leute, die mache ich so ein Seil, ich verstehe das nicht Du musst das looten, das kannst du nicht machen Oh nein, dann kann ich ja gar kein Haus bauen Na doch, aber halt kein Baumhaus, wo du reinkommst Scheiße Meins wird, glaube ich, eher so ein Stall Weißt du nicht? Einen Stall Wir brauchen gleich wirklich ein Bett, weil wir sehen sonst einfach gleich nichts, ne? Hä? Ich hab ein Monster Ich hab auch was gehört Das heißt, das war bei mir, glaube ich Hitbox ultra großzügig in dem Game Entschuldigung, seht ihr nur ich das? Ja Was denn? Das ist aber gut Ah, das ist die dreibeinige Frau Nein, nein, die dreibeinige Frau ist hier Oh, ich krieg schon Ich bin tot Von wem? Da war so ein Zombie neben dir Nein War eigentlich schon ein Holzstammlager, wo Calvin die Sachen einlagert? Jep, das hab ich smarterweise neben mir platziert Du bist so ein Arschloch, Alter Wer ist You got wrecked? Wer ist You got wrecked? Hast du das irgendwie offen gemacht für Freunde? Ja Ja, dann ist das irgendjemand von deiner Freundesliste Ich hab keine Freunde Jetzt schon Meanwhile Hä? Ja 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 Das war ein One-Shot, ne Du dumme Sau Dachte ich mir nämlich Mit dir Weil ich hab Feuer gemacht Ich bin so krass Julio, das wird ein geiles Haus Oder? Darf ich wieder bei dir einziehen? Auf gar keinen Fall Kutscha, ich hab hier ganz viele Materialien, weil mein Haus kaputt gegangen ist, ne? Ja Siehst du da ne Kooperation? Kannst du bei mir einziehen oder was? Ne, also Ja Darüber wird das Lass mich bei dir einziehen, sonst baue ich dein Haus ab Wett doch mal auf jetzt Ich könnte euch das eigenes Haus bauen Ich hab schon ein Haus, guck da hinten am Baum Ja, super Ihr mit euren Ikea-Dingern Ich mach hier mal ein schönes äh Finca-Ding Ich kann mich jetzt bespornen hier nicht zurecht Ich glaub ich fang neu an Du musst einmal hier so ein Viereck legen, Brücki Ach, du hast Was hast du jetzt gemacht, Caruso? Ja, aber das ist nicht gut, was Caruso da macht Warum nicht? Ihr müsst hier so Vierecke legen unten Und dann kannst du in diese Vierecke quasi Parkett reinlegen Ey, mach immer euren kleinen Anderachieferhäuser Und ich mach meins weiter, okay? Guck mal Brücki Du hast aber auch einfach das dickste Haus hier direkt, ne? Was ist das denn, Alter? Wer schmeißt denn die ganzen Leichnen ja ich vor meine Finca? Okay, das bin ich Du Arschloch Also hallo Irgendjemand muss ja unser, äh, unser Leben retten Der ist nämlich nochmal so ein Arschloch hier So ein Gaffer Kann ich einfach Junge, ach scheiß drauf Wollen wir einfach, ihr baut und ich, äh Und ich bedrück mich, beschütze uns Du hast doch so ein schönes Haus gebaut Ja, aber ich hab gerade nämlich einen Handwerker da Achso Handwerker da Hast du dir was zu essen angeboten wenigstens? Jogi, ich hab noch nicht mal Kaffee bekommen Ein Handbogen Junge, da hätt ich ja Bock drauf Was braucht man denn für'n Handbogen? Hände Warte, nur die Hälfte und Teammates Jogi, Jogi, was ist eigentlich hier passiert? Fuck mich nicht, ich hab dich auf keinen Punkt Jogi, Jogi, was ist denn bei Jogi passiert, Alter? Was ist denn bei Jogi passiert, Alter? Jogi Ich bin darüber gar nicht so glücklich wie ihr Oh Fili, warte mal, Fili, Fili, Fili Nee, das kannst du nicht machen, das hab ich für Brökis Haus Hä, warum? Das war im Holzlager Ich hab das nicht von nem Haus geklaut Ja, schönes Holzlager hast du hier Hör auf jetzt! Caruso Hier bin mein Stamm wieder Mann! Caruso, hör auf jetzt! Okay, aber tu auf, von meinem Haus wegzunehmen Ich nehm nicht von deinem Haus Ich hab das aus dem Holzlager weggenommen Dein ganzes Haus sieht scheiß aus Ich hab was getrattet Ja, das ist aber nicht das Schlimmste Kugeln die ganze Zeit Holz Das stimmt überhaupt nicht Ich erzähl doch nicht so'n Scheiß Also Calvin baut die ganze Zeit mein Haus ab Tja, das ist Calvin und nicht ich Ja, aber du nimmst es ja aus nem Hauslager Nein! Ich wollte doch kochen und nicht essen, du Arschloch! Oh mein Gott, ich hab was falsch gegessen Bro, das ist ja übel ekelhaft Bah, brüch'n Widers mich an Ferkel One Eternity later Was ein Ausblick auf den abgerodeten Wald dahinten Ich denke, das Spiel haben wir durch Ich für meinen Teil bin zufrieden Hast du C4? Wollen wir das mal in die Hohluft sprengen, das Haus hier? Seh ich uns Drei Zwei Eins Feuermarsch Ihr habt vergessen ihn anzuzünden, oder? Oh ja Oh mein Gott Aber auf beide Einfach links klicken, oder? Ach, gedrückt halten Ist man raus irgendwie feuerfest? Oh Wow Klar Eine Baumschule ist komplett weggeflogen Nein, ich bin tot Oh bitte hoch, ich seh den schnell Nein Oh nein Oh nein, ich hab verpasst Ich mach mal Vollgas hier